So, moin Leute, euer Ubito hier mit einem kurzen Video und zwar geht es um den Bettelstern der Woche 5. Ich habe die Aufgaben jetzt alle fertig gemacht. Ihr müsst es natürlich auch tun, um überhaupt den Bettelstern sammeln zu können und wir gucken jetzt einfach mal ganz schnell, wo er ist. Hier haben wir auf jeden Fall das Bild der Woche 5. Da sieht man schon oben links in der Ecke den Bettelstern leuchten und das müsste meiner Meinung nach hinten so bei Frosty Flights in der Nähe sein, wo die eine Höhle ist. Da gucken wir doch gleich mal hin. So, und da sind wir schon auf dem Weg und zwar befindet sich die Höhle ungefähr hier. Da fliegt der einfach rein und da müsste eigentlich schon direkt der Bettelstern da auf diesem oberen Protest drauf sein. So, und zack, da haben wir schon einfach einsammeln. Fertig. So, das war es auch schon. Kurze und knapp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war hilfreich. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Ich würde mich mega drüber freuen. Und sage bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.